Hallo, herzlich willkommen HighColorPictures. Heute mit Shado im Interview an einem wunderschönen sonnigen Sonntag haben wir uns hier getroffen. Erzähl mal, wo sind wir überhaupt hier, Shado? Wir sind hier im Blixen im Märkischen Viertel. Wunderschön hier. Blog, wisst ihr Bescheid, bitte No in der Nähe. Kommt hier hin, frühstücken immer schön bis 13 Uhr. Kann man nichts sagen. Seht ihr ja selber, Sonne scheint, alles super. Ja auf jeden Fall, ich habe auch schon meinen Orangensaft getrunken, fast ausgetrunken. Frühstück war auch sehr lecker. Shado, wir haben dich zu Gast. Wer bist du überhaupt? Erzähl mal, wie kann man dich am besten vorstellen? Also ich bin Shado aus dem Märkischen Viertel. Die meisten kennen dieses Viertel dank Sido, hat es ja rausgebracht. Sagen wir mal so, er hat angefangen mit Bitaid halt. Ja, ich komme aus Sierra Leone, meine Herkunft. Das ist in Westafrika. Neben Guinier, aber wenn ihr beide nicht kennt, dann würde ich sagen, Elfenbeinküste ist am nächsten. Ja, aber die meisten halt kennen das nicht so groß. Sonst Elfenbeinküste ist in der Nähe. Du hattest auch die Ehre, Geburtstag zu haben letzte Woche. Haben wir dir auch gratuliert. Eigentlich sollte das Interview schon letzte Woche stattfinden. Haben es dann verschoben, auch wegen seines Geburtstages und anderen Gründen. Herzlichen Glückwunsch, nochmal nachträglich so. Also, wie alt bist du gewonnen? Darfst du das schon sagen oder bist du zu zweit? Also ich bin 25 geworden, hatte einen schönen Geburtstag gehabt, sehr schön. Also ein Viertel des Lebens sozusagen? Ein Viertel, ja man. So ungefähr? Bald bin ich tot. Ja, so ungefähr. Hoffen wir, hoffen wir nicht. Was machst du beruflich oder lebst du von der Musik? Nein, nein, also ich arbeite nebenbei bei JD Sports. Kennt ihr, das war früher Isiko. Kommt da Schuhe immer kaufen, Karl-Marx-Straße, Alexa, Kudamm, immer Schuhe kaufen. Aber ich kann keine Prozente geben, ja. Nicht, dass alle jetzt, ja wirklich, ich kann wirklich keine Prozente geben, so. Aber in Neukölln bist du, nicht hier irgendwo im Norden? Karl-Marx-Straße. Ja, du in Neukölln, ja. Ah, okay. Ja, wie lange machst du Musik schon? Bist du da schon, so wie, wir hatten ja auch letztens Anja gehabt, schon die zehn Jahre dabei oder eher erst seit vier, fünf? Also auch, also ich bin schon lange acht Jahre dabei, aber wo es richtig angefangen hat, so sechs Jahre, fünf Jahre so. Aber so unter acht Jahren so Texte schreiben, hat man früher mit, wie nennt man, so Computermikrofon, weißt du, für zehn Euro aufgenommen. Ja, aber sonst, und jetzt halt dann richtig. Jetzt richtig, heißt, jetzt gibst du Gas. Wie bist du nun zu Rap gekommen? Das ist wahrscheinlich auch eine Fanfrage, die wir jetzt schon mal vorweg nehmen. Wie bist du zu Rap gekommen? Da gibt's immer diese Anekdoten, diese Geschichten von den Rappern. Auch durch größere Rap-Stars, sag ich mal, oder einfach, weil du gemerkt hast, du kannst irgendwie mit Wörtern spielen oder deswegen? Also, das hat so angefangen, ich war ja früher der extreme Tupac-Fan, so. Okay. Und ich hab wirklich immer Tupac mir reingezogen und dann hab ich halt mit meinem Kumpel Grimmel, haben gesagt, okay, jetzt probieren wir auch, wie so Tupac-Fans waren. Ja, und dann hat's angefangen halt. Immer, wie gesagt, zehn Euro Mikrofon geholt, am PC angeschlossen, Texte geschrieben, die für den Arsch waren, aber trotzdem, man hat sich dieses Feeling, so, weißt du. Und dann halt, wo man die ersten, sagen wir, Audiodateien hatte, dachte man sich, ja, cool, Alter. Und irgendwann wurde mir auch von anderen Leuten gesagt, dass du das, was du machst, ist richtig gut. Halt natürlich musste ich mich verbessern. Und dann hab ich gesagt, okay, jetzt zieh ich das mal durch, so, weißt du. Das kommt dann alles mit dem neuen Mikrofon an, zum Beispiel, dann bist du auch im richtigen Studio mal unterwegs, so. Hast du irgendwelche speziellen Angewohnheiten jetzt beim Aufnehmen, sag ich mal, oder beim Schreiben, wo du sagst, das mach nur ich so, oder das ist mein Ritual? Also, ob ich das nur mache, weiß ich nicht so, aber ich lege auf jeden Fall Wert auf Lyrik, so. Weil, ich muss ehrlich sagen, so, heutzutage, wenn man denkt, so, okay, Ausländer, dann guck mal, zum Beispiel, es gibt's ja, meinen ausländischen Kampan, sagen wir jetzt, Arnie ist zum Beispiel einer, der nicht so ist, aber trotzdem, die anderen, die achten eher auf Aggressivität, anstatt auf Lyrik, so. Und ich versuche, weil die deutsche Sprache ist vielseitig, wenn man die richtig benutzt, so, egal ob deutsch oder Ausländer, kann man die richtig einsetzen, ne, so. Ist das typische Kanackische irgendwie, dass man da so... Nee, das gar nicht, ne, das überhaupt nicht. So, ich lege, ich denke mir jetzt so, wenn ich schreibe, okay, der Satz könnte passen, aber um das, ich schreibe gerne in Metaphern, so, weißt du, zum Beispiel, wenn ich sage, jetzt, ich hab ne Zeile, ähm, meine Seele ist ne ruhende Ruine, ein Ort, den ich nicht jedem zeig, denn nur die wenigsten gewähre ich einen Blick hinein, so, weißt du, ich könnte nämlich auch sagen, ähm, mein, äh, mein Inneres ist abgefuckt, so, aber in Metaphern schreibe ich lieber, so, finde ich das schöner halt. Ist doch einfach attraktiver für den Hörer, das auf jeden Fall. Ähm, wie war denn denn bisher deine Laufbahn? Hast du irgendwie schon ein Labelsigning gehabt, oder warst du in einer größeren Gruppe, die man berlinweit kennt, oder deutschlandweit vielleicht, oder was machst du jetzt zum Beispiel? Du bist jetzt auch in der Crew, oder machst du selber alles für dich, oder wie sind deine, äh, ja, Verhältnisse gerade? Also guck mal, gute Frage erstmal. Ähm, die Sache ist die, ähm, ich war, ich hab angefangen mit, ähm, halt mein Kumpel Krimmel und noch zwei anderen, Steph und Exig, da haben wir uns KSW genannt, so, Konsumwahnsinn, so. Also ich bin als letztes da reingegangen, weißt du, also die hatten, der Name stand schon. Und ja, und so hat sich das entwickelt, dann habe ich halt einen, eine Person getroffen, die mich dann einen Schritt weiter gebracht hat, also auch in Sachen aufnehmen und so. Ähm, mit denen habe ich ja extrem Streit, deswegen will ich deinen Namen auch nicht nennen, so. Mit denen habe ich extrem Streit. Da kann man nicht drauf eingehen, meinst du? Na, du kannst mich schon Sachen fragen, so, aber ich will nicht seinen Namen halt nennen, weil bei uns ist Sense, Freundschaft ist leider kaputt gegangen, leider. Ähm, auf jeden Fall hat er mir trotzdem, wie gesagt, geholfen, so diesen Schritt. Und nachdem ich mit ihm gearbeitet habe, danach fing es an, dann ging ich ins Comics, das ist ein Jugendzentrum, so, äh, da habe ich halt andere kennengelernt, da habe ich meine eigene Gruppe gegründet, weißt du. Da Gossenklang halt, mit Ticks, BDR, Jam halt. Dann hat sich auch die Gruppe ein bisschen geändert, dann irgendwann kam mein Kumpel Rebell dazu, Rap macht auch Musik. Ja, und so hat sich das entwickelt. Also, die letzte Station war Comics, also im Untergrund und dann, wo es richtig losging, war bei Ekrem halt. Also, dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine EP bei Ekrem und seitdem ich, ja, Ekrem und Josh kennen ja, Arnel nimmt ja auch da auf. Und seitdem wirkt es hart, also, ist wirklich. Aber bist du jetzt eigentlich jetzt sozusagen selbstständig, jetzt nicht irgendwie groß irgendwo mit anderen verbunden oder, es ist noch so dieses, ähm, wir machen mal zusammen einen Track oder so, aber jetzt keine richtige Gruppe oder ist Gossenklang noch aktiv, deine Gruppe? Also, zur Zeit ist Gossenklang nicht aktiv, aber wir sind so, also heißt das nicht, dass wir streiten oder gesagt haben, alle, wir gehen auseinander, das ist nicht so. Halt, das hat die Vorgehensweise, die wir davor gemacht haben, hat nicht geklappt. Und wenn diese Veränderung nicht gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt auch nicht hier, so würde ich auch nicht sitzen und so, weißt du. Und das haben wir intern auch besprochen halt. Jeder macht ein bisschen sein Ding, aber trotzdem, in der Gruppe heißt das nicht, wenn einer von denen sagt, äh, lass ein Lied machen oder lass das und das machen, immer. Weil Loyalität ist sehr wichtig, weißt du, zu seinen Jungs. So, weil ich auch zum Beispiel angeschrieben wurde darauf, warum machst du nur dein Ding, dein Ding. Aber ich hab ihm, ich hab erklärt so, weil, wo ich, bevor ich zur Akin gekommen bin, wo das aufgehört hat, halt so mit Gossenklang, also zusammen aufnehmen, etc. Da hab ich ihn, also mein Manager Steffen, halt gesagt, wollen wir zusammenarbeiten, weil ich vertraue, egal geht's um Geld oder sonst was. Hab ich gesagt, okay, wollen wir zusammen machen, weil ich will jetzt nicht Zeit verschwenden, ich will wirklich nach oben, so. Und da haben wir, saßen wir beide zusammen, haben einen Plan gemacht, das und das geht nicht mehr und das und das müssen wir machen, damit du endlich mal dein Potenzial ausschreibst, so. Und wir haben das ausgelöst und ja, innerhalb von einem Monat, alles, was ich in den letzten Jahren versucht habe, ist alles in einem Monat passiert, so. Ja. Ja, wir sind jetzt auch gerade auf dich zu sprechen gekommen. Manager, das heißt, du übernimmst welche Aufgaben bei ihm? Ich sorge dafür oder ich übernehme oder ich probiere, dass wir in irgendwelche größeren Plattformen kommen, die auch ein bisschen bekannter sind oder treffe mich mit irgendwelchen Kameramännern und bequatsche Videos oder generell, dass man mal zusammenarbeitet, suche Sponsoren, wie auch immer. Also, ein bisschen. Die ganze Hinterkopf von Shadow sozusagen, um alles zu organisieren, Konzepte. Alles abzunehmen, dass er sich wirklich auf die Musik konzentrieren kann, genau, dass er schreiben kann ohne Ende und alles. Also, ja. Ja, super. So, ich hab mich am Anfang leider ein bisschen so links liegen lassen. Ach, das ist kein Problem. Ist auf jeden Fall kein Geist, du bist wichtig für ihn, wie man merkt. Ja, super. Du bist aus dem MV, wie wir auch jetzt hier gerade uns aufhalten. Hast du irgendwas erlebt, was du irgendwie so als Anekdote verpacken kannst oder so irgendwie, ob es schlimm ist oder ob es gut ist, so irgendwie eine Geschichte, die dir gerade irgendwie einfällt, so das typische vierte Leben eigentlich so? Ja, guck mal, die Sache ist so, wenn du, jetzt kommen wir wirklich weg von diesem Gangster-Ding, zum Beispiel auch, ich weiß nicht, damit auch Leute das nicht falsch verstehen, wenn ich immer auch, Hashtag ist bei mir immer Underdog, weißt du? Aber ich benutze dieses Underdog nicht als, ja, ich bin Straße oder so, ich benutze das halt von meines, ich identifiziere das damit von unten nach oben, so weißt du? Weil wenn du, viele sehen das nicht. Viele, die auch oben sind, also ich rede jetzt so wohlhabend sind, sehe nicht, dass, wenn man hier lebt und Leute abgefuckt sind, dass es wirklich auch abgefuckt ist, zum Beispiel, wenn du nachts läufst, so mit deinen Jungs, so, lass es sechs Leute sein, ist doch im Endeffekt scheißegal, aber du wirst auf jeden Fall, wenn zu viele Schwarzköpfe oder sonst was oder auch du kriminell aussiehst, wirst du sofort von dem Bullen erst mal kontrolliert, etc. Eine, zum Beispiel eine Geschichte ist, ich war mal hier, merke ich jetzt dieses Pia, schon sehr guter Döner, erst mal Pops an Pia und da standen wir davor, ich, ein paar Kumpels und auch Freundinnen und war Routinekontrolle, mitten 16 Uhr, keine Ahnung warum, so, haben uns kontrolliert, dann meinten die, zwischen allen, haben die mich rausgepickt, meinten die, ja, Kontrolle, Kontrolle, meinten die zu mir, ich soll meine Schuhe ausziehen. Warum? Ja, kann ja sein, dass du da drunter was versteckt, dann hat sogar eine Freundin von mir, dann zu dem, was ist denn das rassistische Angehen, so weißt du, nee, ist nur Routinekontrolle und so, weil erscheint uns, dass er halt ein bisschen benommen ist, also wir meinten, dass ich Gras bei hatte, weißt du, Schwachsinn, Mann, vollkommen nach Schwachsinn, es ging nicht darum, so, und sowas passiert halt immer, halt in Brennpunkten, sag ich mal, und das ist das Abgefuckte, deswegen sind auch die meisten abgefuckt oder tun Sachen, wo man eigentlich denkt, ey, das ist nicht gut, was du machst, aber manchmal, ja. Ja, findest du, ist es echt noch so, dass man als Dunkelfarbiger sozusagen diskriminiert wird, so in der heutigen Gesellschaft, sei es mit dem Arbeitgeber, sei es irgendwie so im Alltag, oder? Also guck mal, sowieso. Du bist jetzt nicht der schwache Typ, sag ich mal so, aber, ja, hast du da irgendwelche? Nee, also guck mal, zum Beispiel auf Arbeit bei uns, vielleicht, da ist ja auch der, sag ich mal, Ausländeranteil, oder auch schwarzen Anteil hoch, so, aber sonst allgemein, eigentlich nicht mehr so, es wird halt, so wie ich es immer mitbekomme, du wirst halt, auf jeden Fall, was immer ist, schief angeguckt, vielleicht hat sich das gebessert, dass Kommentare kommen nicht mehr so oft, so, weißt du, wie früher, aber sonst halt Polizei, das ist ein bisschen noch kritisch, meines Erachtens, ich rede jetzt nicht, ich kann nicht für andere reden, aber so mit Polizei ist ein bisschen kritisch halt noch, weil die dich wirklich, die, die werden tagsüber, die sind auf Streife, und dann cashen die irgendwelche Canics oder so, sonst was, und dann sind die am Abend so abgefuckt, auf jeden, einfach auf jeden Schwarzkopf, so, und dann passiert's halt, dann lassen die halt die Wut raus an andere, so, weißt du, ja, das ist halt, na, ich weiß nicht, auf jeden Fall, das ist halt so, das soll man machen, wird sich hoffentlich auch noch bessern, ich bin auch mega gegen Diskriminierung und sowas, du hast aber jetzt eine EP am Machen, bist am Machen, lass uns darüber sprechen, weg von dem bösen Zeugs, wann kommt's raus, hast du schon ein Datum im Kopf? Also wir hatten ein Datum im Kopf, aber wegen der Videoproduktion mussten wir das verschieben, also wir haben jetzt kein Datum am Start, ich will jetzt auch keins sagen, sonst die Leute, okay, da kommt's raus, auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein Video, wenn das auf Agro erschienen ist, danach erfahren alle einfach das Datum, weißt du, und dann kommt dann noch die vierte Videoauskopplung, aber dann ist die EP schon digital draußen. Zu den Videos kommen wir gleich, Album komplett produziert von Akram Joshgung wieder, und im Alltime Music Studio oder woanders auch was mitgemacht? Ne, also produziert Akram, Alltime, ja genau. Die Beats, wo hast du die Beats her? Free Beats oder eher auch ein Beatmaker im Hintergrund? Also wie gesagt, Beatmaker, Dexter, Drumkit, Goldfinger und MD Beats. Also alles Selfmade eigentlich? Ja, weil, das soll nicht eingebildet klingen, aber einfach nach einer Zeit, wenn du auch immer schreibst und so, egal ob du oben oder unten bist, denkst du dir, du willst Sachen haben, wo kein anderer Rap will. Guck mal, wenn ich jetzt einen krassen Track mache, wo alle sagen, oh, das ist krass, und dann ein anderer benutzt den gleichen Beat, das ist für mich so scheiße. Und wirklich, sonst mit den Beatproduzenten bin ich auch sehr zufrieden. So, Akram macht auch eine gute Arbeit. Wir haben uns von Anhieb gut verstanden, von Anhieb. Wo ich angefangen habe, die EP aufzunehmen, Underdog, direkt gute Zusammenarbeit. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich habe ihn angeschrieben. Ich habe ihn angeschrieben. War er noch ungefähr, so zeitmäßig? Schon ein Jahr her? Ja, schon ein bisschen länger her, so. Ich habe gesehen, dass er halt vom Sound her richtig gut ist. Und weil ich sowieso mit Arnel richtig gut in Kontakt war, habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich mal Akram an, was er sagt. Und er hat sofort, richtig herzensguter Mensch, ja. Er hat sofort gesagt, komm, komm zu mir, wir klären das, wir reden, wie du es vorgestellt hast. Bam, wir haben nicht mal eine Stunde, wir haben 15 Minuten geredet. Haben gedacht, okay, da, da fangen wir an. Wirklich super. Sehr schön. Ähm, ja, gestern kam die zweite Auskopplung, sag ich mal, die zweite Videoauskopplung auf AgroTV, Panik. Wie sind die Resonanzen von dem Video und von dem davorigen, sind sie gut bisher? Oder, jetzt nicht von den Kommentaren her, aber, weil ich habe da auch gestern dann schon mal reingeguckt, so die Kommentare waren schon manchmal so ein bisschen unter der Gürtellinie, aber, umsonsten die Resonanz. Also die Resonanz sowieso ist bis jetzt immer gut gewesen, so. Jetzt von keiner Gnade, kein Mitleid, das erste Video und von jetzt vom zweiten, ist ja jetzt gestern online, man wird ja noch sehen, aber ist allgemein, ich kriege wirklich viele Privatnachrichten, so. Menschen, die ich nicht kenne, halt, die mir schreiben, oh, was du machst, ist extrem, ich glaube an dich, du wirst auf jeden Fall hochkommen, so, ist extrem krass, wirklich extrem. Und dann, durch die Videos, auch durch Agro, öffnen sich auch andere Türen dann wieder. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, die Resonanz ist richtig gut. Sehr schön. Wie kamst du in Kontakt mit AgroTV? Habt ihr einfach das Video hingeschickt, also wahrscheinlich deine Aufgabe war, einfach hingeschickt und, ähm, dann gehofft, dass es online kommt, oder ist das schon eine stärkere Verbindung zwischen denen, zwischen euch und AgroTV, oder wie läuft es da ab? Naja, ich sag mal so, also, erstens, ähm. Oder kennt ihr jemanden, oder? Na, wir standen in Kontakt mit denen, so, und dann hat sich das alles erübrigt. Im Endeffekt, ich sag so wie es ist, wir standen in Kontakt mit denen, dann, ich hatte nichts damit zu tun, weil er hatte was damit zu tun, und er schreibt mir um 7 Uhr morgens so, ey, das Video kommt online da und da, so, ich denk, ey, von wem denn, so. Dann schickt er mir ein Screenshot, ich dachte, ey, wir haben mich jetzt verarschen, so, und dann hab ich gesehen, okay, Agro läuft. Also, wie gesagt, das ist sein Verdienst so, weil viele denken auch immer, du musst nur gute Musik machen, und dann klappt alles, aber die Arbeit hinter dem Agro-Ding steckt er dahinter, halt wirklich. Es kommt auch immer drauf an, wie du mit den Leuten umgehst, so, und wie du herangehst, weißt du? Ja, klar. Meistens hilft es dann, professionell zu sein. Also, einfach mal eine Mail hinschicken und nicht immer so über Kontakte. Ja, genau, aber wie gesagt, auch mit den, so, die machen, einfach Mail hinschicken, das geht ja auch nicht mehr, so, das klappt ja nicht mehr, weil zu viele auch da angenommen, ja, genau, und die meinten auch, das ist nicht mehr so, weißt du, ja. Ja, schön, dass es geklappt hat, auf jeden Fall. Ja, freu mich auch. Du meinst auch jetzt, es kommt jetzt noch eine dritte Auskoppelung dann, videomäßig über AgroTV? Ja, also wie gesagt, die übernehmen die ganze Promophase, komplett, ja, und dann drehen wir, wir müssen jetzt über nächste Woche anfangen, so, die dritte Auskoppelung zu drehen. Jetzt kommt Musik nämlich jetzt auch, die ich machen will. Ich habe jetzt zwei Punchline-Songs gemacht, so, aber eigentlich die Musik, die ich so mache, das ist nicht die, weißt du, ich wollte halt einfach mal auch ein bisschen ausrasten, ein bisschen mich austoben, aber jetzt mit dem dritten Video kommt es richtig, halt, ja. Ne, ich wollte auch gerade fragen, in welche Richtung geht denn die EP überhaupt, vom Style her, vom Stil, ist es eher so halt dieses Hau rauf, sag ich mal, oder eher, wie du schon meintest, metaphorisch, lyrisch, in welche Richtung geht's? Aber wie gesagt, halt, es sind sieben Songs, und von Punchline her sind nur zwei, also Panik und keine Gnade, kein Mitleid, halt, weil wir auch gesagt haben, die müssen auch als erstes raus, weil wir visualisiert haben, okay, die kann man als Video gut verpacken, und dann packen wir mal richtig aus mit den anderen beiden, die jetzt kommen. Zum Beispiel, ich kann ja schon sagen, Gedanken, okay, es warm war, Gedanken aus Beton, halt, das ist ein Lied, wie ich gerne rappe, das ist auch das, was wir besprochen haben, halt, ein bisschen Unterschicht halt, so, und das ist die Richtung halt, Unterschicht ein bisschen auch, Herz zeigen, so, was tief in der Seele drin steckt, so mache ich eigentlich Musik, so, und das werden jetzt auch alle sehen, dass es nicht die Richtung ist, die mit den zwei Videos, so, weißt du. Das ist wahrscheinlich der Überraschungseffekt größer. Ja, genau, genau. Sehr schön. Ähm, zu der EP noch, ähm, sind da irgendwelche Feature drauf? Feature-Gäste? Erklärung vielleicht auch, oder nur Solo? Also, alles Solo. Alles Solo. Die EP. Ja, guck mal, ich bin ein Typ, ich sag ehrlich, ja, ich hab, ähm, äh, ich bin einer, Features, extrem, ich bin kritisch so. Ich mag, wenn es Sänger sind oder Sängerin ist, okay, aber bei Rapper so, deswegen, sonst würde die EP auch länger dauern, weil ich würd sagen, du musst dir Zeit lassen. Das ist nicht, weil ich denke, ich bin besser als du, im Gegenteil. Ich will einfach, das ist genau meine Vorstellung. Wenn ich schreibe, weiß ich schon, wie der Typ klingen soll drauf, weißt du. Okay. Deswegen bin ich auch so kritisch, wenn es bei Free Tracks oder Free Videos, okay, hau dein paar drauf, so. Aber bei EP oder Album, weil das ist ein Produkt, so, das muss alles stimmen. Und da muss lange Zeit, lange, lange. Okay. Aber es wird jetzt nicht, ähm, physisch was geben, es wird es nur digital sozusagen erhältlich, dann bei dir, oder wie läuft das ab? Oder ist es einfach Free Download mäßig, oder was hast du dir vorgestellt? Na, es ist Free Download auf jeden Fall. Ja, wir haben uns überlegt, weil nach dem ersten Video, und dann alle geschickt haben, dass ein EP kommt, die Resonanz war, hat übertroffen, das was wir dachten. Und dann haben wir kurz, ich und er, wir setzen uns ja immer zusammen, und bequatschen alles, dann haben wir überlegt, wollen wir das doch pressen oder so, sogar Akram und halt, Umut, Movikit, die meinten auch zu mir halt, ey, wenn ich du wär, würd ich das verkaufen, so. Aber ich hab gesagt, nee, noch nicht. Das kommt ja nicht. Ja, genau, wirklich. Für die gute Unterstützung. Heutzutage ist Unterstützung wirklich sehr viel wert, so. Man muss sich schätzen halt. Da hab ich gedacht, okay, die EP, hab Herzblut reingesteckt, trotzdem Free Download, dann kommt ja sowieso noch was. Okay, sehr schön. Apropos mit Fans und Unterstützung. Du machst ja auch ab und zu für Facebook, oder für deine Fans bei Facebook, so kleinen, ja, Themenvideos. Ja. Was hat es damit auf sich? Ist es einfach nur eine Geste für deine Fans, oder machst du das gerne, dass du einfach mal so ein paar Zeilen auf irgendein bestimmtes Thema und Beat spittest? Ja. Noch kurz die Kelle. Trinken, komm. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Ähm. Wenn du von unten kommst, musst dir denken, die Leute, die dich unterstützen, egal ob es 1000 oder 1500 sind, die musst du was zurückgeben. Und für mich reicht es nicht, nur Videos zu hauen, weißt du. Ich will wirklich zeigen, dass ich wirklich dankbar bin. Und das mache ich dann mit diesen Handyvideos. Deswegen, ich nenne den Namen halt. Ich kriege wirklich viele. Ich habe jetzt, weiß nicht, allein schon über 40 unbeantwortete Mails halt. Und die versuche ich alle abzuarbeiten. Jeden einzelnen. Auch Themen, die mir nicht passen. So. Ich habe auch Elektro-Themen bekommen. So. So auf Elektro-Beats. Aber ich mache das so. Weil er unterstützt mich. Dann kann ich wenigstens seinen Namen nennen. Ich bin nichts besseres, weißt du. Ich mache Musik. Ich bin stolz drauf auch so. Aber ich bin nichts besseres als jemand anderes, der nichts macht, weißt du. Und deswegen denke ich mir, okay. Ich nenne seinen Namen. Er unterstützt mich. Das ist kein Problem. Auch wenn ich später irgendwann, so wie Gott will, in ganz großen Plattform bin, werde ich das trotzdem machen. Für mich ist das kein Problem. Und sowieso. Mir macht es Spaß. Das sind acht oder zwölf Zeilen. Verschiedene Themen kommen. Das ist kein Problem. Das ist ja auch eine Übung sozusagen für dich. Du zeigst deine Facettenreichheit. Ja. Facettenreichheit? Du zeigst das eine Facettenreichheit. Du zeigst das eine Facettenreichheit. Genau. Richtig. 2015 sind wir noch relativ am Anfang. Außer der IP noch was bestimmtes geplant. Richtiges Album vielleicht. Oder irgendwie versuchen, einen Deal zu bekommen. Oder größere Sachen noch am Haken. Also. Was hat Shadow 4 2015? Also passt auf. Wir haben sehr viel vor. Und auch schon. Also. Soloalbum wird kommen. Ein richtiges Soloalbum. So. Wer da drauf ist. Oder mit wem wir uns treffen. Oder getroffen haben. Will ich noch nicht sagen. So Überraschung. Okay. Aber das Soloalbum kommt. Und es ist extrem. Also in Arbeit halt. So weißt du. Das ist. Was bis jetzt gemacht wurde. Ist wirklich gut. So. Ich bin sowieso kritisch. Aber. Er hat zum Beispiel gehört. Es gibt es auch zum Beispiel. Er ist ja einer. Ich zeig ihm ja alles so immer. Weißt du. Und er ist einer so. Er steht halt auf aggressiven Rap mehr. Okay. Mein Ziel war immer. Okay. Bei der EP ging es schon ansatzweise so. Aber bei dem Album. Er kann nicht mehr die Thementracks übergehen. Und das habe ich bis jetzt geschafft. Die Thementracks die ich ihm gezeigt habe. Und mit den Leuten die schon drauf sind. Hat ihm gefallen. So weißt du. Okay. Und ich hoffe halt. Dass es später jedem auch gefallen wird. Aber auf jeden Fall. Das Soloalbum 2015. Wird kommen. Ja. Das wird auf jeden Fall kommen. Und halt mehrere Sachen. Auftritte. Planen wir. Und sonst andere Sachen. Die ich noch nicht sagen will. Das lassen wir erstmal noch. Überraschung. Ja ja. Überraschung. Du hattest ja auch jetzt vor Tagen. Durch ein Video auch 60 Bars angekündigt. Mhm. Wann kommt das? Hast du da schon. Den fertigen Song. Oder musst du noch aufnehmen. Und sozusagen ein Video machen. Und alles. Was meinst du. Release Datum. So. So. Wie gesagt. Also. Mit den 60 Bars. Habe ich mir so gedacht. Dass ich. Ich werde. Ich will das auch nicht auf. Agro raushauen. Sondern auf unsere neue Seite. Weil die neue Seite wird gerade gemacht. YouTube Seite. Und. Da hab ich mir gesagt. Okay. Als Anfang. So als Intro. Raust du gleich 60 Bars raus. Weil ich habe auch einiges. Zu sagen. So. Auf Leuten gegenüber. Und ich will erstmal. meinen ganzen Frust halt. Rauslassen. Und dafür sind diese 60 Bars. Ich habe jetzt. angefangen zu schreiben. Auf MD Beats. Ich will das. Aufteilen. Zwischen die drei Beat Produzenten. Mit denen ich immer arbeite. Das sind Dexter. MD Beats. Und Drumkit. Und so will ich das auch aufteilen. MD Beats. Fängt an mit dem Beat. Dann Beatwechsel. Und nochmal Beat Wechsel. Weißt du. Dass alle drei drin sind. Und sonst. Wie weit ich bin. Ich habe jetzt. 20 Bars geschrieben. Okay. Also ich hatte eigentlich schon. Mehr. Aber. Hab die schon gelöscht. Also 20 Bars. Die auf jeden Fall. Fest sind. Ja. Wird auf jeden Fall was krasses. Auf uns zukommen. Ja. Also ich hoffe. Es wird euch gefallen. Und wer es drehen wird. Keine Ahnung. Wie gesagt. Wenn ihr Bock habt. Auch Alter. High Color Pictures. High Color Pictures Shadow. So habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde erstmal das komplett fertig aufnehmen. Und dann. Wenn das fertig abgemischt ist. Dann komme ich nochmal auf dich zurück zum Beispiel. Sehr sehr gerne. Sind wir eigentlich schon fast durch. Mit der EP. Und mit den ganzen Fragen. Haben natürlich auch noch Fragen von euch gestellt bekommen. Bei deiner Künstlerseite. Die würden wir gerne mit einrevolvieren. Und zwar hat uns der Julian Juju K. gefragt. Was ist deine Mission? Okay. Was meine Mission ist ganz nach oben zu kommen. Okay. Was steht noch an? Haben wir eigentlich jetzt schon geklärt. Aber was steht noch an? Halt. Also als nächstes halt. Gedanken aus Beton wird rauskommen. Okay. Ja Video halt. Wie weit bist du zu. Wie bist du zu AGRO TV gekommen? DVO? Fragezeichen. Antwort. R. Erzähl mal. Was soll ich erzählen? Also. Wir hatten vorhin darüber was gesprochen. Er hat dazu was gesagt. Also. Ich denke mal das reicht als Antwort. Okay. Wann kommt dann halt die Fresse Video? Hast du was geplant? HDF? Oh. Nö. Und zwar mit halt die Fresse. Es wird höchstwahrscheinlich nichts. Warum? Ähm. Warum weiß ich auch nicht. Es wurde halt abgelehnt. Genau. Von deren Seite aus. Aber. Wer weiß was in Zukunft kommt. Vielleicht hat man ja doch noch Glück. Man ist zuversichtlich. Also. Aber wir sind so erstmal mit der Zusammenarbeit über AGRO überhaupt erstmal zufrieden. Also. Mal sehen was sich alles noch ergibt. Aber erstmal muss das dann reichen. Okay. Ähm. Dann war die Frage. Die wir eigentlich schon geklärt hatten. Wer auf dem Album alles drauf ist. Album wird sozusagen so. Also die EP wird Solo. Genau. Album wirst du dann wahrscheinlich noch bekannt geben. Späterem Zeitpunkt. Jetzt noch nicht. Auf jeden Fall können Features drauf sein. Okay. Und. Was machen die anderen von GSK. Also von Gossenclan. Denke ich mal. Also. Der aktivste von denen ist. Oh. Das ist schwer. Ja. Aber wenn schon. Dann Jam. Jam. Er war auch bei Anil drauf. Bei AKB. Ja. Bei Ausländerpolitik war er drauf. Und sonst. Die anderen. Wie gesagt. Mein Kumpel Benni. Also Rebell. Der hat auch ein Kind bekommen. So. Das ist ja wichtig. Nicht er. Aber seine Frau bestimmt. Du hast das Kind bekommen Benni. Ne. Also seine Frau hat das Kind bekommen halt. Sonst. Ähm. Dann Tix. Der macht gar nichts mehr. Alt. Der hat eine. Arbeitskarriere. Sagen wir mal so. Bei ihm läuft richtig mit Arbeit. Er ist auch umgezogen. Große Wohnung. Ja. Du Bonze. Ähm. Sonst. Ist ja noch. Wer ist noch da. BDR ist leider nicht mehr bei uns in der Gruppe. Wegen frühere Vorfälle. Und. Ja. Ronnick chillt immer. Also. Ronnick ist einer. Er macht. Wenn er Bock hat. Kommt er mal ins Studio. Wenn nicht. Dann nicht so. Okay. Dann fragt Martin. 187. Wer sind deine Lieblingsrapper? Das wäre auch eine Frage von uns gewesen. Haben wir jetzt nicht vorbeigegriffen. Lieblingsrapper? Deutschrap? Ami? Also hast du ja schon gesagt. Tupac. Noch im Deutschrap irgendwie jemand? Deutschrap? Ganz klar Manuel Elston. Okay. Also das ist auch mein Ziel. Dass ich mal mit ihm Musik mache. Manuel Elston. Sonst. Ich feiere eigentlich viele. KC Rebel, PA Sports. Eigentlich die Pod-Szene sozusagen. So Pod-mäßig so in dem Bereich. Sind ja alle Poder. Bushido halt. Aber Bushido. Nicht wegen seiner Technik. Aber man muss schon sagen. Die Atmosphäre die er erschafft mit den Tracks. Und sonst. Einen den man vielleicht nicht so kennt. Ist Disaster. Der kommt aus Hamburg. Feier ich auch mal. Kennst du ja? Alter. Das ist genau die Musik die ich meine. Die ich auch machen will. Zum Beispiel Lyrik ist bei ihm extrem krass. Also Disaster aus Hamburg. Müsst ihr euch mal alle geben. Der ist extrem. Der wird auch seinen Weg gehen. Auf jeden Fall. Brauchen wir keine Fragen stellen. Sehr schön. Welche Rapper feierst du gerade? Haben wir auch gerade erledigt. Dann fragt Valeria Silvetti. Wie viele Jahre machst du schon Musik? Haben wir auch schon geklärt. Acht Jahre circa. Richtig. 1,6. Der Niklas Ziegert fragt. Mit wem wärst du am liebsten auf einen Track? Und welche Ziele hast du dieses Jahr? Also auf dem Track manuell ganz klar. Wenn du es hörst. Weißt du Bescheid. Sonst Ziele dieses Jahr ist auf jeden Fall etabliert zu sein. Also sagen wir bis Ende des Jahres so. Eten Namen haben. Ja genau. Und dafür muss ich arbeiten. Das weiß ich auch. Und es wird gearbeitet. So. Dann haben wir noch eine Frage von Alexander Karau. Hättest du Bock auf einen Track mit PA Sports? Da jetzt mein Liebling-Webber dabei war. Denke ich mal auch. Ja natürlich. PA Sports. Sehr schön. Sind wir an Ende angekommen? Würde ich sagen. Haben eigentlich alle Fragen durchgearbeitet. Ihr wisst jetzt hoffentlich ein bisschen mehr über Shadow. Checkt seine Facebook-Seite Shadow030. Vielen Dank, dass wir uns hier treffen durften mit euch. Aufgeben. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Habt ihr noch Schlusswörter? So. Erstmal der Manager vielleicht. Schlusswörter. Was soll ich sagen. Also als erstes finde ich gut, dass ihr viel unterstützt. Finde ich sehr gut. Und ich bitte euch auch weiterhin zu unterstützen. Es steht viel an. Es kommt noch einiges. Also nur durch euch werden die Ziele auch erreicht. Also weiterhin bitte schön supporten und sowas. Also. Ja. Du noch was zu sagen? Christian Dieter. Scheiß Dortmund. Ja. Ist einer von euch Dortmund-Fan? Nee. Ich hasse diesen Verein. Wirklich. Ich bin Bayern-Fan. Und dieser ist mein Kumpel. Ist so richtig gut. Und die streiten uns immer. Das ist mein Schlusswort. Und an Musikangang kann ich nur dazu sagen. Ich werde mein Bestes dafür geben, hochzukommen. Ich werde es auf jeden Fall auf dem Boden bleiben trotzdem. Das ist ganz wichtig. Und dann werden wir sehen, was 2015 passiert. Also ich versuche, damit was passiert. So. Sehr schön. Peace.